mit der hand tschüss mal was ganz neues und es wurde sechs mal nein vier mal die opfergabe geschmissen das heißt wir haben insgesamt sechs sagen das freut mich sehr wir alle sechs hinkriegen haben wir schon 31 kotelett von 50 das wäre bombastisch so jetzt muss ich aber erst mal die leute finden ist schon jemand irgendwo da hallo ich hab dich gesehen zu fahren ich eigentlich nicht oder sind zwei disconnected ok ja dann werde ich mit den leuten doch fahren was soll ich machen es macht überhaupt keinen sinn toll jetzt kann ich maximal vier vier mal aufhängen moment ich muss sehen mal irgendwie zeigen dass sie farben können ja das weiß halt aber der andere hat damit jetzt ich hab's ich hab's nicht gesehen kommen geht die doch retten ich will es noch ein zweites mal aufhängen geht die doch retten du affe ist es denn fucking ernst geh sie doch einfach retten na danke so das heißt maximal 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 drei haken drei kotelettes jetzt müsste ich halt nur mal jemanden finden um den klar zu machen da vorne ist doch jemand so es ist die andere kotelett doch bleibt doch mal stehen ja das wird jetzt eine ziemlich lame runde hallo na gut bleib doch mal stehen bleib doch mal stehen ach das ist doch scheiße ja das wäre jetzt eigentlich keine folge die ich hochladen würde aber weil ich euch eigentlich von anfang bis zum schluss dabei haben wollte wie wir die kotelett sammeln gehört das hier halt einfach auch dazu so ich schau mal den generator das sehen die das hallo hallo boah leute ja kludett ich sehe dich doch ja hallo ok ja ich komm mit bis dann mich so endlich hat es gerafft ist es die wo nochmal hängen kann ich weiß es echt nicht ja ok gut ich hoffe die andere rafft na gott sei dank so da hängst du jetzt am zweiten haken hör auf naja egal sollen sie mal machen ja ich werde die ein bisschen klein schneiden weil das kann sich jetzt noch gut ziehen ich zeige euch jetzt erstmal was Trotum ist dass die Generatoren schneller gemacht werden und dafür verschwende ich jetzt meine nötbeine aber solange die andere das tote macht kann ich die nochmal aufhängen und dann ja wie gesagt wenigstens Drachen ich habe mich so gefreut dass es 6 6 Eventtaten gibt habe ich gerade Punkte für brutzelnde Würstchen bekommen habe ich es gerade richtig gesehen das ist mir noch nie aufgefallen ach gott ach gott wie ich das hasse diese Farbenrei ich stelle mich mal hier in die Palette können die machen was sie wollen mach einfach den Generator komm dass die Runde schein vorbei ist so weiter zum nächsten wo auch immer der ist wir suchen ja Event Generator denn da vorne auf der Straße war auf jeden Fall einer und hier ist noch einer so geht mal Gas so geht mal Gas so geht mal Gas wie es gleich abhaut mach doch den Generator fertig so dann machst du den hier mach doch einfach die scheiß Generatoren ja dann gehst du halt wieder da rüber so mach einfach beide danke dann ist es am Schluss ich guck mal wo noch einer ist ja sorry Leute was soll ich machen ist das in der Schule einer ja sehr gut dann bringen wir die gleich mal dahin ach hier ist das Loch im Boden mach den Generator fertig die wollen mich verarschen das wird niemals fertig aufmacht kommt her hört doch auf euch zu heilen ach man das zieht alles nur unnötig in die Länge danke danke so macht das Ding fertig macht das Ding fertig mach den Generator fertig mach den Generator fertig mach den generator fertig mach den generator fertig ich schwör es euch und weiter geht's kommt doch einfach mit block mich nicht block mich nicht so genau da lang und hier den generator machen auf geht's mach einfach reg mich nicht auf oh mein gott oh mein gott da haben wir das bald dann mal gucken was wir machen vielleicht lassen sie mich ja aufhängen aber ich fahre nett und tötet dann also wenn sowas ist sowas doof kann ich eigentlich machen gerechtfertigt wäre es meiner Meinung nach die haben ihre fünf generatoren äh ich ey ohne scheiß ja doch die hänge ich auf schneller schneller männer los so gehen wir mal haken suchen da ist direkt einer da vorne ist einer das passt sehr gut ah die wiggledon das ist vollkommen in ordnung für die können wir alle glücklich rausgehen alles klar ja da haben wir fünf kotletts mehr hä wie ist nicht so schnell da hoch gekommen boah diese scheiß schule ey so ich entschuldige mich jetzt schon mal für die farmrunde ich werde sie trotzdem hochladen wie gesagt von Anfang bis Ende sie werden durchgezogen da gehört es leider auch mit dazu aber ich werde auch ich werde die zeite zu schreiben wo die runde aufhört für die Leute die es überspringen wollen schön dass ich das jetzt am schluss vom video sage ok dann sehen wir uns gleich wieder auf der nächsten map wieder auf der nächsten map ich hoffe dass diesmal keiner disconnected und dass wir einfach ganz normal eine runde machen können da ist einer mit keinem gejammer dabei sehr schön für den brauche ich keine beile die opfergabe wurde zweimal geworfen das heißt hallo meck das heißt wir können aus der runde vier kotletts rausholen ich hätte nicht gedacht dass ich die noch kriege so wo gehen wir hin ok die stehen alle relativ gut so auf den ersten blick natürlich 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 manchmal frage ich mich für was ich ruin überhaupt mitnehmen ich weiß noch immer wo es gestanden hat hier war es naja egal naja egal naja egal ein bisschen zu schnell ich habe sie gesagt ein bisschen zu früh geworfen vollidiot du hättest einfach nur weiter laufen müssen aber egal mir soll es recht sein so hier ist ein haken hier ist ein haken das ist der zweite da ist ein schrank und dann kann es weiter gehen so suchen wir mal suchen wir mal suchen wir mal der sondert angefangen wo da ok gehen wir mal dahin ok das gefällt mir schon wieder gar nicht hatten die toolboxen dabei da hat jetzt gar keine acht drauf ok ok und dem haken war es halt euch doch mal leute da vorne rennt er david es tut mir leid ich will nicht tunnel ich sag es immer wieder in solchen situationen aber was soll ich machen so den haus jetzt so ach das ist gar nicht der david das ist der andere sehr schön da habe ich gar nicht getunnelt so den haken noch und danach noch einen ich steck mal das kriegen wir hin das dürfte kein problem sein das ist der andere david da haben wir doch noch da ist der haken da haben wir alle vier hier daneben ist auch die meck daneben ist auch die meck ich bin jetzt so schnell dahin gerannt nein die ist noch da ich habe euch gesehen fräulein und da geht es auch in den keller nein gar nicht wahr hallo oh jetzt sind alle da interessant gleich mal beile holen und mal auf den generator treten und dann mal gucken wo die alle hingerannt sind die glodez ist nach links die zwei david sind nach rechts ja nur wohin hier ist überall nichts mehr es macht keinen sinn hier zu suchen da vorne ist ein david hallo david dein ernst verstehe ich jetzt eigentlich nicht so ganz hat er keinen bock mehr oder disconnected werden wir gleich sehen und da heilen sie sich oh was für ein schöner wurf da dukt sie sich weg ja spring doch nochmal drüber das war es jetzt feierabend geil so die gts dabei haben und benutzt es nicht oder hat es verkackt weiß ich nicht egal auf jeden fall hängt es am haken so die mech wurde wieder aufgehoben der david wurde gerettet ich habe dich gehört da ist sie so ja da ziehen wir die runde jetzt noch durch wenn das so weiter geht kriegen ja vielleicht sogar alle wenn der letzte durch die luke kommt der letzte durch die luke kommt ok da ist die erste tot wir haben drei beile und suchen wir noch zwei davids ok da wenn abgehängte leute direkt zum killer rennen ok der ist verbockt was soll ich denn da machen und dort david 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 wo seid ihr meine freunde ach ok der tat benutzt der ist dann auch tot glaube ich k skillcheck verbockt beim heilen wo seid ihr meine freunde gehen wir mal beile auffüllen auch rechts haben schlott hat auch einfach ab warum jedoch einfach nur weg da kann ich wirklich nicht so viel wo ist der david der kann ja auch nicht so weit oder ist er gleich abgehauen die hat sich selber geheilt und habe einen skillcheck verbockt oh da sind rennspuren da ist er in den schrank rein ne glaube ich nicht glaube ich der ist am generator der drecksack da ist er weiß er wo die luke ist und da haben wir alle vier erwischt da ist ein haken damit ist die runde vorbei das heißt wir haben jetzt 34 34 34 kotelett fehlen noch 16 da haben wir alle ok dann sehen wir uns beim nächsten mal bei dead by daylight haut rein leute und da ist er die 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 Vielen Dank.